Ja gut, das Katapult wird sich hier drum kümmern. Ich glaube, ich brauche da nochmal ein paar Katapulte hin, dass die hier so immer ein bisschen die Gegner dezimieren an manchen Stellen. So, hier unten findet wieder ein Kampf statt. Ja, Bittert wird hier gekämpft. Sind die Gelben schon fertig? Ne, die haben auch irgendwo was. Ja gut, gewonnen hat einen Feind verloren. Da oben wären noch welche drin. Das heißt, da muss ich jetzt mal alles hinschicken, was ich habe. Oh, zwei Katapulte sind da sogar. Eieieiei. Gewesen. Muss man ja sagen. Gut, das hat erstmal geklappt. Es müssten noch die... Ah gut, die gehen da draus. Genau, das wollte ich damit einfach nur erreichen. Dass die Einheiten da frei werden. Aber hier finden immer noch so kleinere Scharmützel statt. Oh, ich glaube, das war es jetzt hier an der Stelle. Na, wer gewinnt hier? Ach, ärmerlich. Na gut, das ist aber jetzt erstmal... Vielleicht mache ich auch mal eine Runde des Katapultspiel. Oh, hier haben wir uns jetzt irgendwie ein Lager anscheinend von irgendjemandem zerstört. Ah, guck mal, der nächste Angriff. Die lassen mich auch nicht in Ruhe hier. Die sehen es wahrscheinlich. Oh, der Board Katapulte. Oder hat das auch noch null Soldaten drin nach dem Ding? Eieiei. Na komm. Ha. Mal gucken, ob die Katapult-Taktik-Dezimierung genau so ein bisschen aufgeht. Oh, jetzt kämpfen die auch hier untereinander. Soll mir recht sein, wenn ich ehrlich sein soll. Oh, da geht es mit der Kohle schon wieder abwärts. Aber ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe... Na gut, wir haben ein bisschen was auf Lager. Hauptsache ja, die Soldatenproduktion, die geht ordentlich los. Also, ich wollte hier irgendwie nochmal einen Sperrturm hinspauen. Den hatten die ja vorhin leider abgerissen. Beim Bauen die... Schießt der hier runter auf die Festung dort das Katapult? Oder sieht das nur so aus? Und unser letzter Goldbergwerk... Letztes Goldbergwerk ist damit erschöpft. Oh, wenn ich das jetzt hier einhole, dann ist das Ganze... Oh, ich glaube, das verlieren wir hier. Nee, oh, Glück gehabt. Jetzt komme ich hier in Bedrängnis. Eieiei. Oh, nee, jetzt habe ich es auch noch übernommen. Oh, ich gehe krachen. Das muss direkt wieder erobert werden. Und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Während die Katapult hier unten mal so ein bisschen mit auf diese zwei... ...Dinger da unten feuern. So, da haben wir es wieder. Also, da sind natürlich diese ganzen Katapulte hier weg. Aber gut. Jetzt feuert doch mal hier unten auf das hier. Das ist die mal hier... Gut, das ist weg. Okay, Thema Kohlebergwerk. Das hat sich dann auch erledigt. Während die Katapulte hier anscheinend ein bisschen Spaß haben bei der Arbeit. Ach so, ich muss ja vielleicht mal... ...die Beförderung wieder zulassen. So, gut, das wäre jetzt Platz. So, gut, jetzt haben wir die Katapulte anscheinend. Jetzt geht der Plan auf und das hat mir jetzt ein bisschen Luft verschafft. Der Jäger, der hat fertig. Die wollen dann Goldwerkwerke bauen. Okay. Aber das Katapult-Game geht natürlich ohne Frage weiter. Ach so, hier unten kann man dann durchbauen, okay. So, gut, hier haben sie einigermaßen... ...hier müsste ich eigentlich, dass wir jetzt wieder neu bauen. Also, das werden wir auch machen. Jetzt würde ich aber mal hier wirklich mal den Spähturm hinstellen, dass wir hier mal sehen, wie das hier weitergeht. Vielleicht hier auch noch einen. Oh, der Gelbe, den hat den Gelben und den Grün, den haben jetzt die anderen platt gemacht. Okay. Jetzt ist es halt so, hier unten haben wir noch ein Eisenbergwerk. Es kann ein bisschen Nahrungsmittel wieder angesammelt werden. Gold haben wir noch genug. Na gut, Kohle, das wird dann ein bisschen knapp. Da muss man eigentlich jetzt mal wieder erkunden, wo es wieder was gibt. Hier könnte vielleicht noch ein Katapult hin, was dann auf diese beiden dort schießt. Ach so, das kann ich ja dann eigentlich ein Stück näher ran bauen. Jetzt habe ich den Typen ja zurückgeschickt, der da gerade so ankam, um da dran zu arbeiten. Na. Na gut, Gold haben jetzt die Münzbrägen auch keine mehr. Kann ich hier oben noch einen Holzfäller hinstellen, der das so ein bisschen abbastelt. Hier kann ich jetzt nichts mehr machen. Na gut, lassen wir erstmal vielleicht wieder ein bisschen Nahrungsmittel ansammeln. Würde ich vorschlagen, durch die Katapulte. Sollte das ja einigermaßen abgesichert sein. Schade, dass ein Katapult nicht da drüber schießen kann. Dann könnte man so schön zack, zack, zack machen. Das wäre herrlich. Wie sieht denn das überhaupt aus? Militärmacht. Das ist ein bisschen... Oh, jetzt kommt die schon wieder hier an. Aber der kann reingehen und Pause machen. So, da kommt er. Hier ist die Lage. Hier sieht es schon ein bisschen zerpflückt aus. Da hinten ist ein Katapult. Dort unten ist ein Katapult. Oh, die haben wir auch schon wieder ganz schön abgeräumt. Also ich würde sagen, dass man vielleicht erst mal hier hoch geht. Hier ist zum Beispiel eine Goldproduktion. Dass wir versuchen, das irgendwie zu zerstören. Oh, das ist ein Katapult. Oh, das ist ein Katapult. Oh, das ist ein Katapult. Oh, das ist ein Katapult.